Moin Leute, willkommen zurück. Die Abstimmung ist gefallen, wie meine Crew heißen soll. Und hier ist das Ergebnis. Äh, gehen wir auf den Weg. Okay. 6% QB Gang. Dark Lords. 6% QB Crew. Äh, ja. 13%. Ich hab eigentlich gedacht, dass es am meisten gewolltet wird, aber wie es aussieht nicht. Dark Crew, wusste ich auch, dass es irgendwie groß wird. 20% QB Nerds. Gut. Ihr seid jetzt die QB Nerds. 53% Leute. Auf jeden Fall. 9. Ich mach da grad mein Thumbnail. Das sieht natürlich wie immer schlecht aus, aber egal. Das aus dem Video, was ich verlinken werde, auf meinem Nebenkanal. Auf jeden Fall abschicken. Und dann tschüss, Leute. Morgen kommt ein bisschen aufwendiger das Video. Ciao. 5%. 23. 24. 2. 25. Untertitelung des ZDF, 2020